Ich schätze, ich brauche irgendwas, wo ich mich draufstellen kann. Oh ne, es war nur Verbandskasten. Hä? Hm. Ich muss doch sicherlich irgendwo hier hoch. Oder auch nicht? Ich bin wahrscheinlich einfach nur blind. Warum sehe ich es gerade nicht? Ach, Moment. So geht es natürlich. Oh man. Das Feuer blockt meinen Weg. Der Schmuck ist schrecklich. Wenn ich einen Weg finden könnte, um es rauszuholen. Na. 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 Warum wollen wir mal eine Menge Wasser? Na, da oben. Bietet sich ja schon regelrecht an. Schreit schon. Schmeiß mich runter. Ich finde lauter Ausweise von irgendwelchen Leuten. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich damit soll. Das Wasserstuhl sieht schrecklich aus. Ja, da hast du recht. Ich kann es runterzuholen. dann täglich machen und es ist mein freundes meine familie jetzt steht der type darin bestimmt auf falls dann typen gibt es nur die tür die ich benutzen kann aber ja na kommt her also erinnert mich irgendwie echt stark an einmal live der ist wohl tot gefallen der gute es fehlt bloß dass man so gegen überlebende kämpft ok naja da ist gerade ein arm oder so abgeflogen ok umso sicherer kann ich sein dass er hin ist also die steuerung ist mir irgendwie noch ein bisschen bei kill you freaks na die wohnung sieht ja heiß aus geht er raus oder erst hoch komme ich überhaupt da hoch ne komm ich nicht hoch ups ups ah ich sehe schon äh ich wollte eigentlich das wollte ich doch jetzt macht das wieder nicht ich wollte an die wand laufen hochlaufen und dann ja genau genau das wollte ich ich denke dass die schmerzen sich einfach alle drauf stellen dann sind sie schwer genug und es bricht zusammen schätze ich jetzt einfach mal so ok jetzt kann ich wieder runter wahrscheinlich ups na jetzt genau jetzt kann ich da hoch hochkumpel mit dir hochkumpel mit dir freaks looks like somebody had a hard time with the end of the world naja die reaktive vier differently ups das war knapp hätte ich bei einem abgang gemacht liegt da jemand am boden jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder einen ausweis ja sehr schön ähm will ich hier lang ich glaube ich will hier lang und jubi ich mit dem abrollen habe ich noch nicht so ganz verstanden naja vielleicht irgendwann jetzt darf ich keinen schlag wie das ist der helikopter schießt meine Freunde ah jetzt habe ich es schnell meine Freunde sind in gefährlich ah fail ja ja ich drück ja schon ach ja es hat nicht so geklappt ah das war jetzt habe ich abgerollt hätte ich eigentlich ein achievement für kriegen müssen finde ich das ist der helikopter schießt meine Freunde ich komme nicht letzter ja ich beeile mich schon ups oha jetzt doch runter oder was oh fuck das war ein tiefer fall uh acht Patronen ok weiter runter oder wie ah sieht so aus ok ups hier ich verbrauche Energie es muss schnell gehen ich frage ob ich es ausmachen soll oder nicht ja ich muss erst mal runter Pause machen ok wie war das schießen nochmal so und abdrücken äh das war ja nicht lang ok der geht nur kurz aus lauf Kumpel oh man das war nix also nochmal das ganze das war auch nix sehr gut ich muss noch mal zurück ich muss noch mal zurück ok ok jetzt da runter los los renn Kumpel perfekt es hat doch gut geklappt nach hoch komme ich trotzdem nicht sehr schön ich freue mich oh oh Gott äh ja jetzt bitte nicht wieder ganz von vorne ah ne ok ach ich glaube ich weiß wie na so nicht scheiße das war zu nah aber ich schätze so geht's ich muss die Kiste einfach näher ran schieben vermute ich jetzt einfach mal oder nicht also nicht ich weiß nicht wie nah ich ran kann so ja so geht's noch ah ok halt was war das Verbandskasten ich finde die Dinger irgendwie immer wenn ich sie nicht gebrauchen kann naja gut ich schaue glaube ich erstmal da an Tür blockieren Tür blockieren ok hallo ah jetzt kann ich aber da hoch auf jeden Fall das klingt wie ein Auto was zur Hölle ist passiert da draußen das ist Feuerwehr Charlie Delta Oscar Requesting Survivor Transfer 1 Target down ok ist wahrscheinlich nur wieder so einen blöden Ausweis oder so eine Postkarte noch besser also gehen wir mal da raus ich glaube hier hat jemand einen Crash gebaut zwei Patronen das ist Vents Motorhof es gibt Blut all über dem Fahrzeug meine Freunde wurden überfallen ich habe mir schon irgendwie gedacht so einfach kann es ja nicht sein ich habe mir schon irgendwie gedacht so einfach kann es ja nicht sein Warte mal, wenn du die Bühne setzt. Lass mich sterben, in Frieden. Sam? Was das du? Wayne? Komm, komm in. Fast. Was der Hölle passiert? Alles ist meine Schuld. Sorry, Wayne. Oh, Gott. Ich bin sorry. Es ist okay. Es war nicht eine gute Idee, zu kommen hier. Sie haben sich verrückt. Sie sehen, diese Mannschaft aus dem Weg kam, und uns verletzten. Gott, Gott, sie haben mich verletzt. Ich bin zu sterben, Wayne. Wo sind die anderen? Der ganze Welt ist sterben. Wo haben sie sie genommen? Ich sterben, Wayne. Du wirst du sterben, sowas? Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Ich... Nein. Ich muss sie schützen, meine Freunde. Wo haben sie sie genommen? Warte. Die Schmerzen. Sie sind alle da. Frauen. Wo haben sie sie genommen, Sam? Sie haben sie jetzt. Sie haben... Frauen, Kinder, meine Familie. Karla ist tot. Und jetzt bist du auch. Ich muss zu diesem Schmerzpunkt kommen. Okay, also ich muss zum Versteck, aber erst im nächsten Part. Wir sehen uns bis dahin. Okay. Wir sehen uns bis Hola.